Wie lange haben wir die Challenge bei der letzten Session? Wir haben bestimmt schon über 20 Folgen, nur diese eine Dinge hier, oder? Ja, 100. Ach, Peter. Hey, Leute, was geht ab? Mittwochabend, 18.30, 18.30, verdammt, da gibt es immer noch diesen, diesen... Oh, mein... So, ganz schön und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Happy Beards. Es ist Freitag, es ist 17.30 und es ist, ähm, orangene Pullover-Wochenende, ja. Bloß nicht in die Mine rein, alles nur nicht in die Mine rein. Ah, es ist, glaube ich, soweit. Ich bin halt nicht so, ich bin heute nicht so der Troller. Nee, nö. Ich hab's heute lieb und nett. Ich hab gesehen, ich durfte Liebe erleben und möchte diese jetzt auch hinaus in die Welt tragen. Du durftest heute Liebe erleben? Ich durfte generell in den letzten Wochen Liebe erleben. Ja, mit deiner Hand. Jetzt weiß ich das so runter. Hey, ihr geilen Dugart-Schnitt. Krumme Nasen und lange Gewänder an. Bei mir haben die keine krummen Nasen. Bei mir sehen die ein bisschen aus wie der Zauberer von Final Fantasy IX. Ja, bei mir auch. Ach ja, ist der bei dem Sphax-Texture-Pex? Ja. Nieu. Oh, 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 oh.